Herzlich willkommen zu einem absolut unverzichtbaren Video für alle, die auf der Suche nach dem perfekten Akku-Multischleifer sind. Heute zeigen wir dir, wie du nicht nur Zeit und Geld sparst, sondern auch Frust und Enttäuschungen vermeidest. Denn wir kennen die fünf entscheidenden Fehler, die du unbedingt vermeiden musst, um das ideale Gerät für deine Bedürfnisse zu finden. Ein häufiger Anfängerfehler, den auch die Profis anfangs gemacht haben, ist die Wahl der falschen Körnung. Du bist nicht allein. Hier ist der Deal. Die Körnung des Schleifpapiers spielt eine entscheidende Rolle in deinem Projekt. Wenn du eine grobe Oberfläche in ein glattes Finish verwandeln möchtest, ist ein feines Schleifpapier notwendig. Andererseits wird grobes Schleifpapier auf feinem Holz nicht das gewünschte Ergebnis liefern. Nimm dir einen Moment Zeit, um die Anforderungen deines Projekts zu verstehen. Überlege, welche Körnung du benötigst, um das gewünschte Finish zu erzielen. Teste das Schleifpapier zuerst an einer kleinen, unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass du die richtige Wahl triffst. Indem du dies berücksichtigst, wirst du nicht nur Zeit und Material sparen, sondern auch professionellere Ergebnisse erzielen. Ein weiterer Punkt, der oft übersehen wird, ist der Druck, den du auf den Akku-Multischleifer ausübst. Es ist verlockend, mehr Kraft anzuwenden, um das Schleifergebnis zu beschleunigen. Aber das kann nach hinten losgehen. Dieses Gerät wurde so konzipiert, dass es mit seinem eigenen Gewicht effizient arbeitet. Wenn du zu viel Druck ausübst, riskierst du nicht nur vorzeitigen Verschleiß des Schleifpapiers, sondern auch Schäden am Material. Lass das Werkzeug die Arbeit machen. Drücke nicht unnötig fest auf den Multischleifer. Halte ihn leicht an und gleite sanft über die Oberfläche. Du wirst erstaunt sein, wie viel effektiver das ist. Und hey, du verlängerst gleichzeitig die Lebensdauer deines Schleifpapiers und schonst dein Handgelenk. Staub, der in der Luft schwebt, kann nicht nur deine Werkstatt verschmutzen, sondern auch deine Gesundheit gefährden. Ein häufiger Fehler bei Anfängern ist die Vernachlässigung der Staubabsaugung. Ja, es mag wie eine zusätzliche Mühe erscheinen, aber die langfristigen Vorteile sind enorm. Investiere in eine hochwertige Staubabsaugung, die speziell für deinen Akku-Multischleifer entwickelt wurde. Moderne Modelle sind effektiv und einfach zu handhaben. Das bedeutet nicht nur eine saubere Arbeitsumgebung, sondern auch einen klaren Kopf, wenn du an deinen Projekten arbeitest. Deine Atemwege werden es dir danken. Der Akku ist das Herz deines Akku-Multischleifers. Ein häufiger und vermeidbarer Fehler ist die Vernachlässigung seiner Pflege. Du würdest nicht erwarten, dass dein Auto ohne regelmäßige Wartung reibungslos läuft, oder? Genauso ist es mit deinem Akku. Lade deinen Akku regelmäßig auf, auch wenn er nicht vollständig entladen ist. Bewahre ihn an einem kühlen Ort auf, um die Lebensdauer zu maximieren. Wenn du das Werkzeug längere Zeit nicht benutzt, lade den Akku vor der Verwendung auf. Kleiner Aufwand, große Auswirkungen. Auf diese Weise vermeidest du unerwartete Ausfälle und kannst kontinuierlich an deinen Projekten arbeiten. Ein Akku-Multischleifer ist kein One-Size-Fits-All-Werkzeug. Doch viele Anfänger machen den Fehler, das falsche Modell für ihre Anforderungen zu wählen. Jeder Schleifer hat seine Stärken und Schwächen und sie sind nicht universell austauschbar. Mach dich mit den verschiedenen Arten von Akku-Multischleifern vertraut und wähle das, das am besten zu deinen Projekten passt. Wenn du vorhast, kleine, detailreiche Arbeiten zu erledigen, könnte ein präziserer Schleifer die bessere Wahl sein. Wenn es um größere Flächen geht, ist ein leistungsstärkeres Modell angebracht. Indem du die richtige Wahl triffst, maximierst du die Effizienz und die Qualität deiner Arbeit. Nun, da du über die fünf häufigsten Fehler beim Kauf eines Akku-Multischleifers informiert bist, hast du die Möglichkeit, diese zu vermeiden und eine fundierte Entscheidung zu treffen. In der Videobeschreibung haben wir dir eine Auswahl an hochwertigen Schleifern verlinkt. Falls du Inspiration für den Kauf eines solchen Gerätes brauchst, kannst du gerne mal reinschauen. Vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren, um weitere hilfreiche Tipps und Produktbewertungen zu erhalten. Wir sind hier, um dir bei der Auswahl der besten Produkte zu helfen und sicherzustellen, dass du stets die richtigen Entscheidungen triffst.